Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Gesundes Tiertraining. Mein Name ist Katharina Aberle von Gesundes Tier, glückliche Menschen. Ich beschäftige mich mit Tiertraining, Verhaltensberatung und ganzheitlichen Methoden zur Verbesserung des körperlichen und geistigen Wohls von Katzen, Hunden und Vögel. Im Einführungsvideo Medical Training habe ich euch gezeigt, was ihr für den Tierarzt, die Tierärztin vorbereiten könnt. Im ersten Teil des Basic Training Videos haben wir uns mit den Übungen Touch und Kinn beschäftigt. Auch die Basisübungen, die hier im zweiten Teil gezeigt werden, könnt ihr ganz bequem zu Hause trainieren. Die Aufgaben in diesem Video beschäftigen sich mit der dauerhaften Berührung einer senkrechten Fläche und dem Stehen auf einem Bodentarget. Die Hunde, die ihr im folgenden Video seht, sind es gewöhnt zu trainieren bzw. haben die Übungen schon gelernt. Lasst euch dadurch bitte nicht abschrecken. Nehmt euch für jede der Übungen ausreichend Zeit. Übung 3 Berühren einer Wand Das Kommando hierfür könnte PIN sein. Ähnlich wie Übung 2, aber mit einer Target-Scheibe, ist der Aufbau, eine Wand dauerhaft zu berühren. Aufbau der Übung Die Übung 3 ist einfach, wenn euer Hund das Kommando Kinn schon kennt. Ihr verlangt Kinn ab und sobald euer Liebling seinen Kopf in eure Hand legt, rutscht er langsam in Richtung Schnauzenspitze und sagt das Kommando PIN. Verharrt euer Hund mit der Schnauze, wird er gelobt. Das Kommando Kinn und PIN klingen ähnlich, was bei dieser Übung auch gewünscht ist. Für euren Liebling gibt es, außer, dass er das eine Mal den Kopf auf eine ebene Fläche legt und das andere Mal eine senkrechte Fläche dauerhaft berührt, keinen Unterschied. Ich verwende am Anfang gerne eine Plexiglasscheibe, wie ihr es hier bei Samo seht. Es erleichtert ihm den Übergang von Hand auf Wand, da er meine Hand hinter der Scheibe noch sieht. Später verwende ich einen Spiegel oder eine andere glatte Oberfläche. Zu Beginn solltet ihr eine Fläche wählen, an denen euer Wand-Target kleben bleibt. Das letzte Tool, das ihr beim Medical Training braucht, ist das Boden-Target. Das Kommando hierfür könnte Target sein. Aufbau der Übung. Am besten baut ihr diese Übung auf, indem ihr eurem Hund zuerst Pfote geben beiprägt. Sobald euer Hund Pfote geben kann, legt ihr eine Target-Scheibe in eure Hand und sagt Pfote-Target. Die Scheibe wird immer weiter zur Fingerspitze geschoben, bis die Hand unter der Scheibe nicht mehr zu sehen ist. Zu diesem Zeitpunkt lasst ihr das Wort Pfote weg und sagt nur mehr Target. Wenn euer Hund nicht mehr zögert, könnt ihr die Scheibe auf dem Boden legen. Nach und nach wird sie immer weiter weg von euch platziert. Diese Übung ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel mehrere Hunde habt und diese fixieren wollt. Wenn ihr beim Tierarzt zahlen möchtet und euer Hund in Abstand warten soll. Natürlich könnt ihr euren Liebling auch hinlegen, aber denkt daran, ein vertrautes Tool bringt manchmal mehr Sicherheit. Das Boden-Target könnt ihr übrigens auch unter anderem bei Obedience für das Boxentraining einsetzen, wenn Besuch kommt oder der Postler läutet, um euren Liebling vorübergehend an einem Ort zu fixieren oder ihn an einen bestimmten Ort zu schicken. Es ist mir bewusst, dass die vorgestellten Übungen nicht so einfach sind, wie es hier im Video erscheint. Wenn ihr also Hilfe braucht oder die vorgestellten Übungen nicht ohne Coaching machen wollt, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ich biete sowohl Einzel- als auch Gruppencoaching an. Gerne persönlich in meiner Praxis, aber selbstverständlich auch online. So können wir alle Übungen gemeinsam machen. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass ihr mir Videos zur Analyse schickt. Die Verbesserungsvorschläge besprechen wir dann gerne bei einer Online-Stunde. Ihr braucht für all das keine besondere Ausrüstung. Ein Video mit eurem Handy aufgenommen reicht. Wenn ihr einen Hund habt, der durch schlechte Erfahrung im Vorfeld schon Probleme mit Berührungen hat, braucht ihr zusätzliche Basisübungen, die ich euch beim Video über Schmerztraining vorstellen werde. Wie zum Beispiel die Vorderpfote durch eine Öffnung legen bzw. sich rückwärts durch eine Schleuse zu bewegen, damit der Tierarzt auch die Hinterbeine gesichert berühren und gegebenenfalls Blut abnehmen kann. Wenn ihr die hier gezeigten Basisübungen trainiert habt, seid ihr fit für die kommenden Videos aus dem Bereich Medical Training. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren. Das war ein Video über Medical Training. Hat es euch gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch mehr über Hundetraining oder meine Seminare erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Kanal oder besucht mich direkt auf meiner Website. Solltet ihr an Personal Training oder Gruppencoaching, gerne auch online, Interesse haben, dann schreibt mir doch einfach unter katharina.at gesundestier.at. Ich freue mich darauf, euch und euren Liebling persönlich kennenlernen zu dürfen. Bis bald bei einem meiner nächsten Videos. Und ich freue mich frei. Vielen Dank.